Lass die Sonne verdunkeln! Möge die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen! Lass den Schatten vergehen! Und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Die Macht von Kukulkan! Die Macht von Kukulkan! Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen! Oh, nochmal so eine Schleichaktion! Wie schön! Die Macht von Kukulkan! Schätze uns! Leite uns! Hilf uns Formen und Schaffen! Stärke und Erhebe! Diese Symbole! Ich muss die darin gefangene Energie freisetzen! Lass den Schatten vergehen! Und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Tja, aber wer sieht ihn? Der da? Ich versuch's trotzdem! Ich versuch's trotzdem! Ich versuch's trotzdem! Schütze uns! Schütze uns! Schütze uns! Leite uns! Bekant der Welt auslöschen! Findet sie! Sie darf sich nicht einmischen! Was? Ich hätte die erst töten sollen alle! Ich versuch's! Ich versuch's! Ich versuch's! Ich versuch's! Komm mir, ja... Komm mir, ja... Du auch? Das ist unser Team! Also, gewollt! Machinaus, machina und schillen Siegner Lilo! Oh war das knapp, war das knapp! Das ist ja auch noch einer. Ich hätte warten sollen. Lass den Schatten vergehen! Und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Das ist ja auch noch eine von uns. 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 Ah, da wird die ganze Zeit beobachtet. Tschüss! Das war jetzt ein bisschen scheiße. Ich habe beide anvisiert. Ich habe beide einen Wirtschaftache Este einfach verstanden. Ich habe gut gemacht. Oh Kiri, sehen mich. Es sind noch drei. Du kamst mir gerade ein bisschen zu nahe. Warum, warum gehst du nicht zurück in dein... Es zeigt sich, ich lache einfach so, hallo hier bin ich und so ne. Ich kann natürlich hier keinen mehr. Ja. Drauf. Du? Du Kulkan, schütze uns. Leite uns. Hilf uns Formen und Schaffen. Stärke und erhebe. Du? 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 Nichts hält mich auf. Ich erschaffe die Welt neu. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Kannst du nicht vollkommen? Du? Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr schleichen. Das brauche ich jetzt gar nicht versuchen. Oh, das funktioniert doch. Oh Gott, was zur Hölle? Was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Nein! Sie sieht mich überall, also... Oh Gott. Ja! Woohoo! Nein! Mein ganzes Leben! Dein Gegner ist ein Gott! Ich hab dich am Leben gelassen, Lara! Bis jetzt! Oh Gott! Ach komm! Lass mich doch mal machen, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, was ich da gemacht hab, weiß ich nicht! Ich wollte ihn eigentlich schlagen und dann sammle ich das auch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! vorbereiten hier. Hier liegen doch bestimmt noch irgendwo Leichen. Ich muss ihn hierher locken. Das funktioniert ziemlich gut. Willst du mich verarschen? Da schießt er mich runter, dieser Pisser. Oh, das fängt von vorne an. Komplett von vorne. Kannst du mal aufhören damit? Oh, Drecksack! Komm, leck mich doch! Ich glaube, er hat mich aus den Augen verloren. Ja, 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 ja! Von wegen aus den Augen verloren. Jetzt liegen hier keine Leichen mehr rum! Sehe ich das richtig? Ach, das ist doch nicht in der Ernst. Fallen kann ich denn also keine mehr bauen? Mein ganzes Leben! Dein Gegner ist ein Gott! Also wird die Katoka! Bis jetzt! Nein! Alter! Ich beschütze Paititi, nicht du! Da kommen ja gleich zwei neue! Doch! Ich bin der Beschützer! Äh, die Beschützerin! Jetzt komm schon! Ja! Greif mich nur an! Aber Kukulkan macht mich nur noch stärker! Haa! Oh Gott! Jetzt aber! Bitte was?! Wie oft denn noch?! Aua! Ich hab doch keine Honi mehr! Nehme ich erstmal Schrotflinte! Bitte was! Wie oft denn? Was ist das? Ja! 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 Doch, es endet hier.